Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier aus dem Universum Gym in Hamburg. Es sind schräge, es sind komische, es sind aber keine Zeiten zum Lachen, sondern wir wollen natürlich den Live-Sport weiterhin fördern und auch die Talente und Boxer fordern. Aber das ist nicht so einfach. Und wer sich jetzt fragen sollte, warum funktioniert denn das bitteschön? Warum kann denn aus Hamburg live gesendet werden? Warum sind heute Abend fünf Kämpfe darunter ein IBO Interconti Schwergewichtskampf? Christian Thun, der aus Miami angereist ist, gerade noch zum Sparring mit Anthony Joshua in London gewesen ist, wird heute das erste Mal hier im Ring stehen. Warum ist das möglich? Ganz einfach, weil wir wirklich auf alles verzichtet haben. Wir sind hier mit einer absolut rudimentären Besetzung am Start. Also alles das, was wirklich getestet und wichtig ist für den Ablauf eines solchen Abends ist hier drin. Wir haben komplett auf Fans, auf Familienmitglieder, auf Ehepartner, Ehepartnerinnen verzichtet. Aber wir fahren eine Sendung, das Sie zu Hause normalerweise gar nicht großartig merken, wie wir das Ganze angegangen sind, aber eben ohne Zuschauer. Und es ist schön, wir alle freuen uns wieder über volle Stadien, ob es Fußball ist oder sonstige Sportart und natürlich auch über richtig Action im Ring. Und Action im Ring, das darf ich heute auf jeden Fall versprechen. Wir haben fünf Kämpfe, schön, dass Sie mit dabei sind. Ich freue mich sehr und wir kommen gleich zum ersten Kampf des heutigen Abend. Und es wird sich an Drumherum auch nichts ändern. Es wird genauso bleiben, wie Sie es gewohnt sind. Und deswegen starten wir ein mit dem ersten Kampf des heutigen Abends, live aus Hamburg, aus dem Universum Box Promotion Gym. Es geht ins Cruiser-Gewicht und ich rufe in den Ring, den Kämpfer aus Frankfurt am Mai. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, Michael, unbreakable Klemper! Herzlich willkommen, Michael, unbreakable Klempert! Und er tritt an am heutigen Abend im Eröffnungskampf von Universum Box Promotion gegen einen Mann aus Kloppenburg. Er wiederum hat als Promotion Team und als Promoter Thomas Nissen Boxen im Norden, eine Institution für alle Boxfans natürlich. Und schön, dass man das heute Abend auch zusammenführen konnte. Und wir freuen uns sehr, den Kämpfer in die Rote Ecke zu rufen aus Kloppenburg. Herzlich willkommen, Big Eddie Kadria! Und wir freuen uns sehr, den Kämpfer in die Rote Ecke zu rufen. Und wir freuen uns sehr, den Kämpfer in die Rote Ecke zu rufen. Und wir freuen uns sehr, den Kämpfer in die Rote Ecke zu rufen. Und wir kommen das erste Mal am heutigen Abend zu den offiziellen BDB-Supervisor und Delegierte Beate Pöske. Die Punktrichter des ersten Kampfes am heutigen Abend sind Marco Morales, Timo Habichos und Irene Kostenko. Der Mann im Ring, Henrik Schramm, alle aus Deutschland. Und nun zum Kämpfer in der blauen Ecke. Er ist 46 Jahre alt, 1,74 Meter groß, 87,5 Kilogramm schwer. Seine Kampfbilanz 36 Kämpfer, drei Siege, drei davon auch durch Knockout. In seiner Ecke sein Trainer Stefan Kolkow, der nächste Woche selbst einen Titelkampf hat. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen aus Frankfurt! Michael, unbreakable Klempert! Und nun zu seinem Gegner in der rotschen Ecke. Er ist 32 Jahre alt, 1,88 Meter groß, 89,5 Kilogramm schwer. Seine Kampfbilanz, 17 Kämpfe, 15 Siege, 10 davon durch Knockout. Aber letzte Woche noch zum Sparring mit Jürgen Bremer. Über 30 Runden im Ring. Hat sich vorbereitet, natürlich für seinen Promoter und sein Promotion-Team Boxen im Norden mit Promoter Thomas Nissen. Herzlich willkommen auch heute Abend hier am Ring. Und sein Trainer, man muss sagen, sein wirklicher Trainer, der ist leider Gottes verletzt zu Hause. Und dementsprechend jetzt hier in der Ecke, hier ist die Pisic, meine Damen und Herren, aus Kloppenburg, Big Eddie Kadriak. Der Kampf ist angesetzt auf 6 Runden, 6 Rounds of Boxing. Die Kämpfer zur Mitte, die Boxer, the center. Okay, Gentlemen, ich möchte den Fernseher machen den Kampf sehen. Bei mir ist doch eine neutrale Ecke, bevor ich am Anfang zu sehen. Schützt euch selbst, Judge Gloves. Die Boxer sind bereit, so let the fight begin. Hallo und herzlich willkommen hier am Ring im Hamburger Universum. Jim, wieder einmal hat es sich gezeigt, wie schwierig es ist, ein gutes Starterfeld zusammenzudrommeln in Zeiten wie diesen. Die einen dürfen nicht aus, die anderen nicht einreißen, ohne Quarantäne zu riskieren. Und dann müssen auch noch die diversesten Corona-Tests überstanden werden. Und wer dann durch ist, bei dem muss man hoffen, dass er sich nicht noch kurz vor dem ersten Gong verletzt. Ein paar haben es geschafft und wir beginnen im Cruisergewicht. Erdogan, Big Eddie Kadriak, der sich bei Jürgen Bremer, Sie haben es gehört, auf diesen Fight vorbereitet hat. Und er trifft auf Michael Klempot. Ein Mann, der nicht gerade vom Erfolg verwöhnt ist, aber nicht unterschätzt werden sollte. Der Kampf ist auf 6 Runden angesetzt. Kadriak, klar bevorteilt, was die körperlichen Voraussetzungen angeht. 1,88 Meter zu 1,74 Meter, 14 Zentimeter Unterschied. Natürlich auch entsprechend der Vorteil in der Reichweite. Und er beginnt hier von Anfang an mit der Führungshand den Klempot zu bearbeiten. Er hat ein hartes Training hinter sich bei Jürgen Bremer, der ja nach wie vor zur Weltklasse zählt. Hoffen wir, dass wir ihn nächstes Jahr nochmal, vielleicht sogar beim WN-Kampf sehen können. Erste gute Treffer von Kadriak. Ja, mit der schwarz-goldene Nose. War auch hier schön hier mit seiner Führungshand, mal Kopf, mal Körper. Schwer natürlich für Erklempert, da an Kadriak heranzukommen. Er ist hochkonzentriert. Gute Rechte. Da muss schon einiges einstecken hier in Runde 1, der Michael klempert. Händrich Schramm, der dritte Mann im Ring. Aufwärtshaken, aber auf der Deckung gelandet von Klempot. So, ein paar ganz gute Treffer von Kadriak hier in Runde 1. Ansonsten haben die großen Höhepunkte gefehlt. Aber wie gesagt, der Kampf ist auf sechs Runden angesetzt. Können wir eigentlich noch einiges erwarten. Michael klempert. Zuletzt Punktniederlage gegen Fatih Altunkaya aus Wiesbaden. Der hat einen Kampfrekord jetzt von 20 Kämpfen, 20 Siegen. 18 Mal gewann er vorzeitig. Und klempert war erst der zweite Gegner, dem es gelang mit Altunkaya über die Runden zu kommen. Auch ein kleiner Erfolg. Zuvor Sieg über Ringneuling Adem Kajajas. ist natürlich für das Gruselgewicht mit 1,74 m klein geraten. Kommt er hier aus dem super Mittelgewicht. Runde 2, Rund 2. Mal ein bisschen vorsichtig, wie er da zu Berge geht. Der klempert. Distanz ist auch noch nicht gerade. Das war, wer es hier richtig inhaliert hat. Immer wieder diese Störfeuer mit der Linken. Von Kadria. Ja, wir müssen auch mal die Rechte einsetzen, Kadria. Ja. Ja, schön, Kombination Körper-Kopf. Aber noch schluckt er alles, der mich erklärt hat. Jetzt eine Minute. Komm, komm, eine Minute. Komm mal. Na, den darf er voraussichtlich zu Berge. Big Eddie Kadria. Ja. Das ist natürlich auch für die Boxer ein komisches Gefühl hier, so vollkommen ohne Zuschauer antreten zu müssen. Ja, da wollen wir ganz gut aufwärtshaken. Aber man muss auch nachsetzen. So, jetzt noch mal Kombination. Also, zwei Runden sind rum. Beide hat Kadria für sich entschieden. Ein bisschen mehr müssen noch von ihm kommen. 33 Jahre alt, Nummer 36, der deutschen Boxrec-Rangliste. Dort liegt der vor Stefan Czamba, Yassi Naltunkaya, Röne Öffner und Nick Morsink. Nr. 1, Robin Krasnicki, Dominik Bösel, Adam Deines, Nick Harnik. Profi seit 2015. 2015. 2017 die erste Niederlage gegen Harun Sipayi aus Wolfenbüttel. Runde 3, Rund 3. Die internationale deutsche Meisterschaft des Verbandes GBA. Und Niederlage Nummer 2 dann 2019 K.O. gegen Jürgen Bremer. 1,飛 Allah. 1, 확인. Steht mal ein bisschen weit weg von Clampot. Ja, die klaren Treffer, die landet Kadrija nach wie vor. Clampot hat noch kein Mittel gefunden, um Kadrija da einigermaßen mal in die Bredouille zu bringen. Ja, da haben wir mal ganz gute Rechte, wenn die durchgekommen wäre. Ist sie nicht. Knapp vorbei ist auch vorbei, aber immerhin, versuch's mal. Wir müssen ein bisschen mutiger da zu Werke gehen. Sind auch ein paar Lücken in der Deckung von Kadrija. Na ja, nach wie vor steht er zu weit weg von Clampot. Müsste so aus der Halbdistanz seine Stärke abfeuern. Eddy Kadrija, hier an der Ecke mit Shiri Pesic. Das ist natürlich schwierig, gerade in Corona-Zeiten auch ein Gym zu finden, wo man trainieren kann. Ja, und er zieht sich ja gut aus der Fähre bislang, der Michael Clampot. 37 Kämpfe, dreimal gewonnen. 31 Niederlagen, 18 Mal vorzeitig. Drei Unentschieden. Runde 4, Round 4. Bei beiden ist ein bisschen nachgelassen. So, jetzt wird er mal zuhauen können. Der Clampot. Chance vertan. Aber man darf nicht vergessen, er ist 46 Jahre alt. Lass ihn nicht. Man sieht da nicht mehr vor dem Saft. Ja, er hat Respekt vor Kadrija, der Clampot. Sieh mal. Auf, auf. Aber er macht jetzt ein bisschen mehr. Michael Clampot. Unbreakable. Leichtes Atembluten jetzt bei dem Frankfurter. Ja. 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 Zögerlich. Wie gesagt, mit den besseren Treffern. Die hat er. Aber ein bisschen mehr aus sich rausgehen. Ein bisschen mehr Dynamik versprühen. Deckung einigermaßen gut bei Michael Clampot. Bleibt viel hängen, was Kadrija da abfeuert. Naja, auf alle Fälle mal eine bessere Runde von Michael Clampot, der hier mehr investiert hat. Noch mal angegriffen hat und Kadrija hat sich da sehr zurückgehalten in der vierten Runde. Zweit gibt es ja große Diskussionen. Gerade, was das Grußengewicht angeht, soll das vom World Boxing Council kommen. Zweitens will das Britscher-Gewicht eingeführt werden. Das liegt dann zwischen großer Gewicht und Schwergewicht. So bis 99,8 Kilogramm soll das Ganze gehen. Die anderen großen Verbände haben sich noch nicht begeistert gezeigt von der Idee. WBA, IBF, WBO oder IBO. Britscher Gewicht benannt nach Britscher Walker, einem sechsjährigen Jungen, der seine kleine Schwester vor dem Angriff eines Schäferhundes gerettet hat. Runde fünf, Round five. Selbst dabei schwer verletzt wurde. Mal schauen, ob sich dieses Britscher-Gewicht dann auch durchsetzen wird. Hallo, geht weiter, ja. Fünfte Runde. Fünfte Runde. Fünfte Runde. Fünfte Runde. Abpacken. Untermaufe. 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 Na, jetzt kommt seine Führungsanbieter häufiger. Aber die Rechte, die müsst ihr halt wirklich ab und zu mal wenigstens einsetzen. Vorhin hat er das erste, zweite Runde mal ganz gut gemacht. Da hat er mal kombiniert, Körper, Kopf, links, rechts. Also zumindest ein äußerst saubere Kampf ohne Niedrigkeiten. Hendrik Schramm musste überhaupt nicht reinschreiten. Auf, zieh auf! Weißt du auch! Na, jetzt mal kurz durchgekommen. Kadria nutzt sie aber nicht aus. Die Neue-Gerechte! Ja! Die Neue-Gerechte! Die Neue-Gerechte! Ja! 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 Jawohl! Ja! Ja! Jawohl! Ja! 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 Ich habe ne 나�st dazu hier. Ja! 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 Ja, Box ist statisch. Big Eddie, Kadriah. Deshalb fehlt den Schlägen auch. Die Power ist mal, die Linke gut durchgekommen. Steckt da alles weg, der Michael Klempott. Aber so der richtige, hammerharte Schlag war noch nicht dabei. Stefan Kolkow, der versucht, ihn jetzt hier nochmal zu motivieren. Komm, greifen wir an, sei mutiger. Noch eine Runde. Dann haben Sie überstanden, die beiden. Seconds, ouch. Ringfrei zur sechsten und letzten Runde. Final round. Gutes Auge hat er, Kadriah. Ja, weicht da den ganzen Schlägen von Klempott geschickt aus. Aber müsste eben auch mal dann zur Gegenattacke reiten. Ja, nochmal eine gute Kombination. Und nochmal durchgekommen. Links, rechts. Ja, beiden fehlt jetzt noch sichtlich die Kraft. Aber noch 1,35. Rechts, rechts, noch eine Hand. Komm, jawohl. Rechts, rechts, rechts. Noch eine Hand. Weiter, Thomas. Thomas, noch eine Hand. Komm. Weiter, weiter, weiter. Rechte, gut durchgekommen. Weiter, weiter, still. Alles auf die Deckung gelandet. Klempott. Klempott versuchst aber wenigstens noch mal als hier in der letzten Minute. 50 Sekunden. Mach Tippen. Weiter. Komm, weiter. Thomas. 50 Sekunden Tempo. Das könnte sein, das Team. Zieht euch weiter, weiter. Geh nach vorne. Thomas, kippen alle. Weiter, weiter. Zieht euch die Rechte. Jawohl. Macht es jetzt. Ja, nochmal guter Treffer jetzt von Klempott. Komm, Thomas. Wie gesagt, er ist vielleicht in der ersten Runde zu vorsichtig zu Werke gegangen. Komm, Thomas. Zieh in der Schlob. Zieh. War da beeindruckt von der Führungshand von Quadrija, die jetzt gar nicht mehr kommt. Weiter, weiter. Weiter, weiter. Komm, rechte, zähl. Die Rechte. Letzte, zähl. Was sie durch die Rechte wollen. Da kam vorbei. Ich denke mal. Quadrija wird hier nach Punkten gewonnen haben. Aber die ganz große Show war es nicht. Dafür war er zu zurückhaltend. Zu wenig riskiert. Und der Michael Klempert, okay. Wenn man sich den Kampferkord anschaut, dann hat er sich hier gut aus der Affäre gezogen. Also noch viel Arbeit für Jürgen Bremer, wenn er weiter mit Quadrija arbeiten möchte und arbeiten soll. Ansätze sind da, aber er muss ein bisschen mutiger werden, dynamischer. Und man muss die Chancen auch verfassen, die er sich da mit der Führungshand erarbeitet. Wenn man so in die Ecke schaut von Michael Klempert, der ist zufrieden mit seiner Leistung. Und Kai Petzmann wird es gleich das Urteil verkünden hier. Meine Damen und Herren, willkommen zur Urteilsverkündung mit einem 3 zu 0 Punkt Richter Urteil. Sieger dieses ersten Kampfes am heutigen Abend aus Kloppenburg. Big Eddie Kadria. Also, Big Eddie Kadria. Gratulation aber auch nochmal. Der erste Kampf ist immer der schwierigste Kampf. Dankeschön nochmal an Michael Ambrich und Ickebel Klempert. Oder war? Sollten Sie sich jetzt gerade zu Hause denken, Menschenskinder, was ist denn da los? Da ist ja gar keine Stimmung, da wird ja gar nicht geklatscht. Wer soll denn klatschen? Nochmal vielleicht. Das ist tatsächlich komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wir haben keine Zuschauer, wir haben kein Publikum, aber wir wollten diesen Abend tatsächlich auch so durchziehen. Und ein ganz großes Dankeschön, ich habe es gerade schon mal gesagt, an Universum Box Promotion, an Ismail, Ösen, Otto, das gesamte Team Matchmaker, Flavio. Und natürlich auch, ich finde es toll, dass Boxen im Norden ebenfalls mit dabei ist am heutigen Abend. Dass wir wenigstens ein bisschen Live-Sport in Ihre Wohnzimmer oder wo auch sonst Sie gerade sitzen, zaubern können. Die Stimme natürlich, die kennen viele von Ihnen. Seit mittlerweile 30 Jahren, vielleicht die bekannteste Boxstimme Deutschlands. Unzählige Kämpfe vom Madison Square Garden bis hin nach Las Vegas ins MGM Grands oder Caesars Palace. Die ganzen großen hat er kommentiert. Herzlich willkommen heute Abend natürlich auch wieder bei BILD+. Matthias, The Voice, Preuss.